Moin Seelungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Konkurs Gaming und zu Assassin's Creed Valhalla. Wir sind hier gerade noch so in Colchester, haben beim letzten Mal das Ordenshaus von Camulodunum. Wie heißt denn das hier auf Latein, Römisch? Ihr wisst schon. Camulodunum. Ja, tatsächlich. Ich dachte gerade, dass wir eins von den Lagern bei Asterix und Obelix hoffentlich nicht. So, das haben wir auf jeden Fall beim nächsten Mal erkundet. Wir haben festgestellt, wir wollten uns hier mit dem Alderman treffen. Der ist nicht da. Der ist nämlich hier hinten auf Jagd. Ein reigengebrochener Herzen. Ja, da bin ich mal gespannt. Finde heraus, was der Alderman von Essex von Neville. Machen wir. Bristons Lager sollen wir finden. Auch das bekommen wir hoffentlich hin. Reiten wir einfach mal rüber. Wir gehen hier über diese Mauer einfach, würde ich sagen. So, es schaut gerade keiner sehr gut. Hopp, hopp. Elegant abgerollt auf jeden Fall. Muss ich irgendwas essen? Ich glaube, ich dürfte voll regeneriert sein und einen vollen Proviantbeutel haben. Dann rufe ich mir doch einfach mal ein edles Reittier. Und dann reiten wir aber nicht quer durch die Stadt, oder? Nee, nee, nee. Das kannst voll knicken. Ich... Nein. Einfach nur nein. Pust auf Leute, wir machen das anders. Wir drehen hier um. Und dann reiten wir da halt per Hand, kann man dazu sagen. Da reiten wir auf jeden Fall hin. Also, ja, hier sieht's schon ein bisschen nach Lavendel aus. Genau, ganz ganz bisschen weiter nach links muss ich. Da ist er auch, mein Questmarker. Schauen wir mal zwischendurch noch ein bisschen um. Beschleunigen das Ganze hier auf jeden Fall. Der Beid von Eppinger. Da muss ich meinen Questmarker schon wieder hin verschwunden. Oh Mann. Das da sieht doch nach einem Lager aus. Hm, ja. In der Tat. Wir schauen uns erstmal hier im Lager um. So, warum mache ich eigentlich schon wieder diese hässliche Kapuze auf? Was möchte ich hier brauchen würde? Nein. Okay. Jetzt wird's langsam interessanter. Hinten habe ich doch noch was übersehen. Ich wusste auch, hier gab's zwei Punkte irgendwie, die interessant waren. Das war kein Riesenvampir, was hier war. Das war kein Riesenvampir, was hier war. Das ist eine Riesenspur. So, zum Glück ist das Ding hier nicht durchs Gras geschlichen. Sondern er hat sich hier schön auf diesem matschigen Untergrund bewegt. Legt da noch einer. Ja. 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 Ja schon interpreter. Jetzt werde ich dabei. Ich brauche meine potrzebigeren Aufmerksenschaften. Jetzt gehen runter. Ja. Ums computers viel这样. Aber es ist erzählt was ich natürlich gerne. Ich habe meine Gratitude zu stumble upon me in meinem Moment der größten Peril. Perhaps you were godsend. I am Estrid-Send. Your wife and the thanes of Essex both want your balls on a blacksmith's anvil. When do they not? You could return and report that the savage claw took me. Before Beerstan, his exit pursued by a bear. And make the beast lord of Essex in your stead. No doubt my Estrid would prefer his velvet paws to my calloused hands. So, who are you? A sellsword? Hmm. You speak ill of your wife. Has your love faded or were you ill-matched? As family we are as close as Cain and Abel. She is a willful woman and I am a bad husband. You know me it seems. Only by reputation. A deliciously teasing sentiment. I am Eivor of the Raven Clan. You hinted at an alliance for the loan of my unique talents. Blood yes. Let us return to Colchester at once. And we'll speak more of the delicate matter on my mind. I'm glad you answered my summons. I did not expect such a skilled fighter. It's good I came when I did. You lost many men on this hunt. Good men. All. They will have the proper rights and their families will be careful. Your people sacrificed much for your sport. They did. They did. There is no balm for my tortured heart. Why did you ask me here? Do you believe in true love, Eivor? Do you believe in true love, Eivor? Pfff. Glaube ich an... 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 an was? Wahre Liebe? Wollte er wahre Liebe sagen? Natürlich. Ich bin eine Disney Prinzessin. What was I saying? Do you believe in true love, Eivor? Das ist seltsam. Ja, das stimmt. Einmal mit viel Gewöhn. Und ich bin nicht ein guter und attentiver Freund. Ich bin immer ein Plucked Goof. Ich bin immer ein Plucked Goof in Matters of Love. Und ein Piss-Poor Ruler zu boot. Strong must be the Hand that steers the ship, Birsten. My Hand would rather tug the catgut of a well-crafted bow. My eyes narrowing at the sight of prey. Aye, a crown sits heavy on the head. Then let us run wild and free in the woods as the wolves do. Live on our wits. Prowl and stalk and feast. You have a romantic way about you, Birsten. Do not fret. My guards will not worry you when we are together. You must mark me if you think I'm capable of worry. Have you built your city in the ruins of another? No, these builders are lost to the annals of time. Far advanced of the Saxon hovels of Wattle and Dorb. I have ambition to build a great palace myself. With mosaics and balmy courtyards. What stops you? That which stops all but the most creative minds. Coin, imagination, talent. And your people. Is Essex happy? That is a question I never really ponder. I suppose they are. I hope they are. Alfred believes I rule like a chickless hen. Flapping and squawking over nothing but the farmer's dinner. He interferes. No. He disapproves. Is that not infinitely worse? But look. We are near my hall. We should on love on the walls. I must face the wolves at my door before we discuss your favor to Essex, Abel. It may be I can speed your business along. Let them speak their wolves. I'll advise you if I can. Who is this owl, Beerstan, that twitters in your ear? An advisor. Nothing more. Here to help Essex navigate her brewing storms. Now, my dear brethren. Adrian, perhaps you will start us off. What troubles you? You're a disgrace, Beerstan. Couldn't get a southpist in an alehouse. Alfred's men are crawling all over Essex. King Alfred, yes. Though it is within his right, the constant presence of his men is certainly an issue. Are they men or babes? If Alfred meddles in the affairs of Essex, send his men home in shrouds. Ah. We should challenge his right to rule. Was not Essex once a thriving kingdom of its own? We should fight! Yes! Fight! And you, Wyatt, what do you say? Your preparations for the Lammas Festival. How can you think of spending so much coin when your people are starving? He should put his own ham fist in his purse and contribute coin to the festival. Yes! You worry about the cost of such a festival. One that thanks God for our great harvest. Contribute your own coin, then. And Aldrich, do you yap like a she-hound as Aedrid does? You know my thoughts, Beirsten. The field. How can we give men to Alfred for his wars when our harvest suffers day by day? Hmm. Refuse to send your men. Let Alfred's people die for his hopeless cause against the Norse. Then we refuse. Refuse our king? Has madness taken your wits, Beirsten? There! Have I not answered all your questions? You are a stain on this shire, Beirsten. Useless. Useless. That's right. Yet still you haunt my hall. Be gone. I haven't time for your squabbling. Ich glaube, ich habe ihm nicht so die besten Ratschläge gegeben, aber welche, die uns weiterhelfen und dafür sorgen, dass er starke Verbündete braucht, denke ich. Was there strattling? A fine outcome, Abel. The very soul of balance. A firm hand is all you need, Beirsten. Whether on your hunting bow or on your helm. All this talk of hunting makes me long for the woods. Your wife awaits, Beirsten. Are you not worried some other man will drench your sheets with his sweat? Ha! She does as she must. As do I. But you will- You have done the impossible, Dane. Returned my errant gander to his coop. My pettish love. Such a stormy countenance clouds the sun of my return. Your thanes drank the ale the abbot gifted us. All of it. Now that is a tragedy my heart will not easily overcome. If he looked at me with the same affection he shows for hunting deer, our marriage might have survived. I noticed your love has gone sour. Was it fresher than this? Ha ha ha. There is so little difference between love and hate. It's difficult to say where the sourness comes from. So, what do you need of me? Our affairs are more of heart than of state, Eivor. What little passion there was between us faded into bickering long ago. We would have our freedom, Eivor. I from my wife and my wife from Essex. I am too sharp a weapon for so soft a task. Why not part and be done with it? Oh, were I a Dane and divorce as simple as a slit throat. But it's not so easy as that. Hmm. Does your god not allow husbands and wives to part? Our god? Our king? There is much standing in the way of a joyous uncoupling. Ours was an arranged marriage. A political need. And not easily broken. Explain yourselves clear and plain and I will do it. The poetry here is mind mud. We had a plan. A simple plan. A woman lost and a woman found. Some time ago we paid a dame to kidnap me and ferry me safely to Frankia. As you can see, he did not deliver. He was certainly thorough in other regards. Some Norse can be quick to take coin and slow to earn it. If I give my word, it is not broken. Could we try the kidnap again? Much of the planning is done. It would only take a more trustworthy overseer. It should be a bold venture if we do. Loud and brash and seen by all. During our llamas festival, marry peasants and guards with wandering eyes. Your return to Frankia would need a swift ship with a captain ready to leave England. We could ask him. I would have thought his steed and seamen spent. Come find me in the market, Evo. Our unwelcome guests require food and ale to soften their anger. My wife is a gracious and attentive host, Evo. The only thing that keeps my braying fanes at bay. And the woman found? A darling Maybud, Alveda. My childhood sweetheart. I left her twenty years ago in Maldon to marry my prickled pear. Twenty years? Can an ember so cold be reignited? We can hope. You must fan the flame. Find her. Bring her to my lakeside cottage and light a bonfire there. I will know to come. I believe she lived in the last house in Maldon. A small, sweet place where fond memories were made. I will do as you both ask. And ask Freya for success in this love game. Good luck in your endeavors, Evo. I pray you find my Alveda with a fair face and a yearning heart. Now should I look for Alveda first? Or meet with Estrid at the market place? Oh, that Ganze ist noch viel verworrener, als ich dachte. Oh, richtig gut. Der Plan gefällt mir. Gut, die haben Probleme. Da helfen wir natürlich. Ein bisschen Fähigkeiten Schaden nehmen wir auch unterwegs noch mit. Und Fernkampfwiderstand auch. Puh, können wir mit ihm reden nochmal? Bestimmt können wir. So, das können wir schon. Ja, 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 ja. So, dann schauen wir doch mal. Also, ähm, die Frau auf dem Markt treffen. Ist, ähm, direkt der Nähe. Also helfen wir erstmal dabei, die Flucht zu organisieren. Nebenbei krabbeln wir hier nochmal obendrauf vielleicht. Nehmen wir so ein bisschen Zeug mit. Wir können auch noch ein bisschen flighten. Das könnte uns vielleicht tatsächlich auch helfen. Und hier bekommen wir schon wieder alles. Auf jeden Fall. Kippen auf den Sack. Als wenn noch nie Dänen gesehen hätten. Und ich meine, selbst wenn die Angst vor mir haben, müssen die nicht die ganze Zeit so rumschreien. Flieh hört, flieh hört. Flieh hört, flieh hört. So, wo würde ich denn hin? Da würde ich hin. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Dann bin ich aber auch. Dann bin ich da von mir in einem Parkplatz. Ich bin nicht so. Warum? Ja, die Stadt ist echt, keine Ahnung, scheint komplett aus Ruinen und irgendwelchen Hütten zu bestehen. Ja gut, ist halt so. Wir fangen vielleicht hier drüben in der Richtung ein bisschen an. Die Annalen der Geschichte A, hier ist Teil 1. Lange vor den Römern war dies die Heimat furchterregender welcher Krieger der Trinovanten. Nach der Invasion der Römer errichteten diese Schleunigsbefestigungsanlagen gegen die Heiden, zogen Erdwelle aus und erbauten eine Festung. Diese Besatzung dauerte nur sechs Jahre. Dann heirateten die alten Soldaten die einheimischen Frauen und besiedelten das Land und sie bauten eine Stadt um die alte Feste herum. Dieser Erfindungsreichtum, dieser Fleiß. Oh, wie sehr ich mir wünschte, mit einem von ihnen sprechen zu können, worüber wir uns alles unterhalten würden. Bruder Herbert Dann suche ich hier nicht einfach das Ding, aber dann halt nicht. Ach, mh, ja. Habe ich heute keinen Bock drauf, gehen wir lieber eine Runde flighten. Hm, das sieht ja auch ein bisschen tief aus hier. Können wir hier nirgendwo vernünftig runterspringen. Vielleicht hier, wenn du nicht so weit nach rechts springen würdest, wäre das bestimmt gegangen. Ich glaube, da hätte ich die Plattform ziemlich präzise getroffen. Ja. Ja. Mhm. Aha. For they put all who hear them to sleep. Not bad. Oh, you think you're so clever? I'm almost impressed that you managed to blurt something out. Yet I worry our skills are too deeply mismatched. No, show them all. Thus the lady Alette has been beaten at last. By the one she was foolish to doubt. Now her Herald must give me the sum of my bet. While Alette can't but stand there and pout. Pay what is due and send this peasant away. I grow weary. Of course, milady. Take your winnings, you have earned them. Thank you. So ne eingebildete Schnäpfe. Habt ihr Charisma bekommen? Vielleicht brauchen wir es nachher, wenn wir mit dem Kapitän, der Dingsbums hier wegbringen soll, fahren den. Wir schauen mal. So, ja. Richtig, die sind ja hier alle ein bisschen... Also, ein alles römisches Artefakt. Ach guck mal, hier gibt's auch eine Nachricht dazu. Annalen der Geschichte 2. Ein Tempel, der ihrem Gott Kaiser Claudius gewidmet ist. Das prächtigste aller Gebäude in Kolonia Claudia. Sie verehrten ihn wie wir unsere Heiligen. Mit einem Symbol der Zivilisation und Besatzung. Kein Wunder, dass Budika die Königin der Izener ihnen niedergebrannt hat. Ich werde Birst dann um Unterstützung bitten, damit wir retten können, was noch übrig ist. Hat der Bruder Herbert damit... Übrigens Erfolg, frage ich mich. Oder ist der zwischendurch gestorben? Oder... Ne Ahnung. So, das sieht so aus, als würden wir da vielleicht auch nochmal rein müssen. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt hin, oder? Das Kriegerlager. Vielleicht wurde der Kapitän gefangen genommen und befindet sich dort. Ach, wisst ihr was? Dann können wir heute noch ein bisschen saufen. Und würfeln. Und dann kümmern wir uns beim nächsten Mal um Lady Estrid. Oh Gott. So. Ne, auch mehr so hochklettern. Oh Gott, tja. Wie kompliziert ist das denn? So, jetzt will ich hier doch an der Kirche angekommen, wo ich gleich hin wollte. Gut gemacht. So, hab ich mein Proviant hier ein bisschen gefüllt. Beziehungsweise mich mal ordentlich satt gegessen. Nachdem ich ja vorhin da an der Säule so glorreich vorbeigesprungen bin. Ach, guck mal. Hier gibt's doch auch einen kleinen Laden. Da können wir doch auch mal reingucken. Vielleicht haben die irgendwas spannendes. Das ist alles. Willkommen. Willkommen. Ein bisschen Titanen nehmen wir mit. Das Eisenerz nehmen wir auch komplett mit. Und das Leder. Ja. Aber ich brauche natürlich ganz andere Barren. Ja, was ist denn jetzt los? Ach. Ach. Achso, ich will dich doch gar nicht. Oh, geht das? Oh ja, man kann einfach nach links drücken und dann... Oh Mann. Das hätte ich mal vorher wissen sollen. Das hätte uns vielleicht ein bisschen Zeit erspart So, der DS-Tritt ist da drüben irgendwo Und mein Marker ist schon wieder weg Aber hier in der Kneipe sind wir wahrscheinlich richtig Ah, guck mal, da können wir so ein Dings anheuern Das ist eine Frau, ne? Sieht auch nicht so übel aus Nehmen wir die mit? Na klar So, wo kann ich denn hier saufen? Ich finde den nicht Oder sie, keine Ahnung Da Machen wir Du bist ein Gamehorn, Swiller Was sagst du? Ich bin mir schneller und du gewinnen Okay Du bist ein Wager in dir? Du schweig auf den Barsch Ha ha, für Gold und Glory Wir essen! Wir essen! Du wiederholst dich. So was gibts? So kleine süße Becherchen gibts. Wir müssen 6 davon erledigen. Sie schwankt schon. Ich auch. So, bisher fehlerfrei. Ich glaube, wir haben gewonnen. Äh, wo kann ich jetzt in der Runde... ...wenn auch immer das Spiel heißt. Ich habe es gerade vergessen, spielen. Irgendwo gerade vor mir eigentlich. Dann gehen wir doch mal hier reingucken. Hier? Da? Ja, ne. Da kann ich untertauchen. Oh, eine Nachricht. Ganz hier hinten. Anal in der Geschichte 4. Es muss ein furchterregender Anblick gewesen sein. Eine Frau, blau bemalt, kreischend wie ein Adler, blut auf den Zähnen den Tod in den Augen. Die Römer suchten Zuflucht im Tempel. Doch es nutzte ihnen nichts. Budika und ihr Stamm töteten sie alle und brannten die Stadt nieder. Welch gewalttätige Vergangenheit! Und dennoch bauten sie alles wieder auf, wieder und wieder. Bis wir Gottes Stadt waren, voller weichbräuchiger Sachsen. Und hier oben gibt es was zu holen. Ist es hier oben? Wir schauen mal nach. Ganz hoch brauchst du auch nicht krabbeln. Ne, hier oben ist es nicht. Da kann man spielen. Okay. Okay. Let's beginn. Haha. Ich mag dich schon. Was haben wir dann beim letzten Mal eigentlich für eine Göttergabe bekommen? Irgendwas cooles? Embragis Elan. Mal halte Dings für jeden geworfenen Würfel. Mit einer Hand drauf. Das ist einfach nur ein Multiplikator. Das ist ganz cool. So, Kors Schlag behalten wird. Das können wir eigentlich auch behalten. Würfel erneut werfen. Das schmeißen wir mal raus. Ich nehme dafür hier diesen Multiplikator mit. Ab zwei Händen lohnt sich das im Prinzip schon. Ne. Auf Stufe 3 dann plötzlich nicht mehr. Da ist der Multiplikator dann 3. Achso, ne. Der ist immer 3. Obwohl, beim ersten ist er 2. Also da komme ich plus minus 0 raus. Was natürlich sinnlos ist. Ne. Ich brauche 3. Ab 3 Händen lohnt sich das auf jeden Fall. Ok. Kopfhörerzahl. Keine Ahnung. Oha. So viele extra. Ah, sie nimmt nur eine mit. So, und das Spiel basiert halt rein darauf, dass wir versuchen so schnell wie möglich Göttergunst zu erwerben. So, wir haben Schilde, die schützen uns fast komplett. Ja. Einen Schaden durch die Axt nehmen wir. Was könnte ich denn hier? Zwei Schaden verursachen. Ne, ne. So, da haben wir schon mal die ersten 6 Göttergunst. Was sehen dafür einen Schaden? Oder hören wir das Ganze auf 7 Göttergunst? Oh, nicht so wie das. Natürlich, genau so. Was denkst du denn? Wieviel brauche ich hier 12 für 8 Schaden? So, es gibt keinen Schaden diese Runde. Sie klaut mir auch nichts. 1, 2, 3, 4, 6 bekomme ich. Das heißt, ich kann hier das auf jeden Fall benutzen, ne. Und schon mal 8 Schaden verursachen. Ach, jetzt wird das sogar gehighlighted, was ich da von meinen Würfeln benutze. Und da sehen wir, einen hätte ich dann am Ende noch übrig. Naja. So, regelkonform auf jeden Fall, ne. So, 7 hat sie noch. Ich richte jetzt einfach offensiv mit Äxtenrang. Hm. So, mal gucken. Mit noch einem zusätzlichen Pfeil würde ich schon Schaden machen. Kriege ich aber natürlich nicht. Also tun wir uns gegenseitig schon wieder nichts. Ich bekomme 1, 2, 3 zusätzlich. 4 für 4. Dann würde ich gerade mal 2 Schaden machen. Das reicht nicht ganz. 6 brauche ich hierfür mindestens. Ich bin mit meinen Würfelergebnissen so nicht zufrieden. Ich mache 1 Schaden. 1 Schaden bringt mir aber gar nichts. Für jeden geworfenen Würfel sind es auch die der Gegner? Ne, ne. So, sie macht 2 Schaden. Keine Ahnung, warum sie da so zurückhaltend ist. Ja, da wissen wir wenigstens was sie von der, also eine von ihren Gotter gaben. Kennen wir dann schon mal. Ja, das bringt mir ja alles nicht so richtig viel. Oha. 6 Schaden muss ich machen. Für 8 könnte ich 5 machen. Kriege ich 8 zusammen? Ja, ich kriege 8 zusammen. Und dann brauche ich hier noch einen Schaden. Das ist mein Spiel, Stranger. Ich brauche einfach nicht zufrieden. So, ich würde natürlich gerne sehen, was sie an Defensive rauslegt, aber wie viel sind das? Eins, zwei, drei, vier. Ich brauche nur vier Punkte im Endeffekt, ne? Und im Moment, eins, zwei, drei, vier, genau, würde ich sieben bekommen. Und einer wird mir abgezogen. So, das hier reicht, ja. Sie macht mir fünf Schaden, ich sehe sie hat vier mehr dazu liegen, achso, aber ich klaue ihr natürlich auch was davon. Von daher war das schon das Maximum, was sie da rausgeholt hat, glaube ich. Hm, nope. Ich glaube, ich habe auch alle Göttersegnungen beisammen, ne? So, für heute, Jungs und Mädels. Wart's das auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und dann werden wir hier Camulodunum noch... Was ist denn das für ein Simul noch ein bisschen erledigen und mal gucken. Achso, nach welchem Quest, ja. Interessiert niemanden. Also, macht's gut, bis dann, habt einen wunderschönen Tag. Tschau.